So Machen wir den mal aus Ich will jetzt sehen, dass hier mal das Auto ist Das Problem sehe ich jetzt, wenn ich jetzt loslaufe Und das Auto kommt, dann sind wir am Arsch Riskieren wir es Wahrscheinlich kommt jetzt das Auto mit meinem Glück Von hier kann ich es sehen Warten, bis er wieder nachlädt Auto kommt nicht Das Ding schwebt jetzt Da hat er uns einen Cut 10 oder 2 Okay Gut Oh oh Wow Ich war jetzt auch relativ dunkel, okay Habe ich gerade auch gedacht, dass es noch dunkel ist Da haben wir das Auto Oh, nicht so klug Oh Ich hoffe, die vielleicht nicht Oh Komm, verweite, hier gibt es nichts zu sehen Was ist denn, ob man da mit dem Tod liegt Okay Wieso nicht Eigentlich müssen wir jetzt stoppen, was für eine Taktik kommt Okay Okay, gut Gut Wo zack gemerkt Wir werden jetzt noch mit dem Pferd reiten So Und ab Mit dir Ja Ferti Wir schnappen uns sein von dir Ah, vererst Große Hoffnungen in Sarahs Fähigkeiten Und ich war mir absolut sicher, dass sie Erfolg haben würde Ich mir auch Aber er spricht jetzt schon Wie viel Was für Waffen wir hier haben Äh Schaltdämpfer Wechselt Äh Mit Schaltdämpfer, oder? Hm Okay Ah Randgranaten Tankwehr Hm Ne Ich steck mir einen Tank Äh Äh Sodann Ein Panzer So Was Ein Tank Ich Will jetzt absichtigen Den Bogen reiten Um den Auto auszuweichen Oh Das sind die Spuren des Autos Hä Hä Seitdem fährt's Oh 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 Okay ich mit von der seite aus wir halten jetzt da hinten und dann werde ich zu fuß weitergehen so fertig 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 weckt schon ziemlich viel aufmerksamkeit ok da gibt es waffen da möchte ich hin besta unbemerkt wird interessant ich weiß nicht ob da hinten einer ist wir haben läuft da und Tschüss. Boah, ich bin irgendwie mal so leise, wenn ich den Anschläge. Das könnte mich wirklich auch hören. So. Fehlinformationen, wohl. So. Panzerabwehrkanate. Ich glaube, die ist wichtiger. Nehmen wir es mal mit. Was haben wir denn hier so? Schalldämpfer. Ja, ich glaube nicht, für Captain, was wollen wir mitnehmen? Was haben wir da noch? Stilhanggranaten. Öffnen. Haftminien. Genau, die will ich auch noch mitnehmen. Äh, Falschritte raus. Ich will doch da hoch. Und einmal mir einen Überblick verschaffen. Okay, Gott, hier ist keiner. Hm. Ich glaube, da hinten werden wir es erst mal aufräumen. Bevor wir da nach unten gehen. Äh, wo sind wir denn? Okay. Da könnte man uns den Spaß erlauben. Hehe. So. Ich habe doch mal da irgendwie von der Firma Panzerabwehr stehen, oder? Oh, da auch nicht. Da ist einer, da ist der Kommandant, da ist nochmal einer. Da ist der Flammenwerfer anscheinend. Der hat uns fast entdeckt. Oh Mann, schläuft ein. Ich muss ein bisschen hochzuschieben. Äh, ja. Das war zu weit oben. Ui, schaut euch den Sternenhimmel an. Sternenhimmel, Sternenhimmel, wow, bam, bam, bam. Gibt es hier keinen Panzer? Ja, habt ihr einen Panzer gesehen? Hm. Ich dachte, ich hätte hier einmal einen Panzer gesehen. Da, Mann, doch. Yeah. Zeit für unsere Anschläge in eine Panzer und schnappen. Das nenne ich einen Plan. Okay. Kommen wir da durch? Okay, ja. Ich will nicht schießen, weil es hält auf. Sirenen habe ich jetzt nicht entdeckt.